ja hallo und herzlich kommen hier wieder zurück zu rcc stöpsel heute hier bei vrc pro amain pro 1 und 10 short course modified und wir haben hier vom pole position auf 1 autoboy von der position 2 von 3 den micro von vier meine bändigkeit vom haben wir james hamilton dann haben wir nummer 67 und 8 nicht mehr im finale mit am start dann haben wir vom startplatz nummer 9 und von nummer 10 hier hat die top 10 hier vorgemacht der netter aber ich sagen wir starten einmal das rennen hintergrund sieht man schon ein bisschen am fahnen dann steht hier der starreinfolge und start erfolg ich würde sagen wir machen das mal nicht ganz so lange hier wie sonst auf rot auch fahrer haben wir vorgestellt von welcher position sie hier auch fahren wir schauen einmal wer hier welches auto fährt und dann scrollen wir einmal vor und dann schauen wir mal was die bestseiten hier sind wir wir fangen wir fangen wir mal an vom arthur bohl fährt hier einen einen asso dann haben wir wir haben hier noch romsen der fährt ebenfalls einen intercept und james hamilton fährt einen intercept wir haben hier noch romsey der fährt ebenfalls einen intercept Ich würde sagen, wir spulen einmal schon mal vor, machen das hier heute einfach mal nicht ganz so lang. Arthur Bruhl, schnellste Rennrunde, 14,8. Maiko, 14,9. Ramsey, 16,2. Alan O'Brien, 15,0. Meine Wenigkeit, 15,7. Und James, Hamilton, eine 15,4. Alan O'Brien überrundet mich hier. In die letzte Runde geht es jetzt hinein. Schöner Abflug über Start und Ziel. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns morgen hier wieder bei RCCT Stöpsel. Und bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.